Ja, hallo, heute der Iron Guru lässt grüßen mit dem Original Eggnog. Winstron, das Spezialrezept zum Aufbau von Muskulatur, Wettkampfdiät und so weiter. Dieser Eggnog hat es in sich, also massive Wachstumsfaktoren, riesige Menge Protein im Rahmen einer Low-Carb-Ernährung, eigentlich Steak and Egg genannt. Bei der Herstellung des Eggnogs werden aber allerdings eklatante Fehler gemacht, da möchte ich darauf hinweisen. Das Ruhe-Ei ist natürlich etwas, was Vorsicht mit Vorsicht zu behandeln ist. Wir müssen in jedem Fall mehrere Prozesse durchlaufen, um das vernünftig und richtig zu machen. In einigen Beschreibungen im Internet wird das völlig vernachlässigt, was natürlich ein Problem ist. Ruhe-Eier bergen immer das Gefahr von Salmonellen. Also Salmonellen, das kann zu Durchfall führen und so weiter, deshalb abkochen ist immer wichtig. Und ein anderer Stoff, sogenannt Abidin, ist im Ruhe-Ei enthalten. Und dieser Stoff behindert die Aufnahme von Biotin, also neutralisiert Biotin. Biotin ist ein Vitamin B, das ganz essentiell ist für Muskelaufbau, für den Stoffwechsel und so weiter. Um das zu vermeiden, trotzdem die komplette Gewalt der Inhaltsstoffe, des rohen Eis, der Wachstumsfaktoren zu bekommen, machen wir folgendes. Wir brauchen vorgekochtes heißes Wasser. Ein Eggnog wird in der Riebe gemacht, eine Portion aus zwölf Eiern. Die legen wir hier mal schon mal in den noch nicht mit Wasser gefüllten Topf. Vorsichtig, damit nichts kaputt geht. So, da haben wir die zwölf Eier. Jetzt stelle ich schon mal den Herd an. Auf volle Pulle. Und ich habe hier vorgefertigt schon kochendes heißes Wasser. Damit übergieße ich jetzt diese Eier. Komplett. So, jetzt warten wir ca. minimal 15 Sekunden, bis zu 30 Sekunden, eine halbe Minute. Ich mache das in der Regel so, dass ich warte, bis das Wasser im Topf leicht kocht. Dann ist eigentlich der Effekt erzielt. Wenn ihr nachher das Ei aufmacht, das werdet ihr sehen, dann ist die äußere Eiweißhülle an der Schale etwas schon angekocht. Dann ist es genau richtig. Also das darf nicht komplett weiß sein, sondern nur leicht angekocht. Dann haben wir den speziellen Super-Effekt. Und wir töten dieses Avenin ab. So, während wir auf den Prozess warten, haben wir andere Sachen bereitgestellt für den Ecknapp. Wir brauchen ganz einfache Sahne. Wir verwenden frische Vollmilch. Und wir nehmen gutes Whey-Protein. Also ich nehme jetzt unser Whey-Protein, weil dieses Whey-Protein sich extrem gut löst. Geschmack ist ausgezeichnet und passt hervorragend dazu. Ich würde nicht empfehlen, mehr Komponenten Eiweiß zu nehmen. Also K7-Naht brauchen wir in diesem Fall nicht, also das Milcheiweiß, sondern wir brauchen am besten das Molkeiweiß, weil es am leichtesten verdaubar ist. Dazu komme ich noch. Weil die Verdaulichkeit des Produkts ist natürlich der entscheidende Faktor hier. Wir brauchen einen Handschaker. Bitte keinen Elektroschaker benutzen. So, das Körch fängt gerade an zu köcheln. Und damit sind wir durch mit dem Thema. Ich nehme dann die Eier raus. So, wir haben die Eier aus dem kochenden Wasser rausgenommen. Jetzt schlagen wir, ich teile das mal in zwei Portionen. Und wenn ihr jetzt mal schauen wollt. So, wenn ihr jetzt hier mal schaut. Dann könnt ihr sehen, da ist noch Eiklar drin. Das ist so leicht schon gekocht. Das nehmen wir alles mit. So, sechs Eier. Jetzt nehmen wir unsere Sahne dazu. Gut, ein Schuss Sahne. So circa 200 Milliliter. So genau kommt das nicht drauf an. Also je dicker ihr das wollt. So, dann Zimt. Das mache ich auch sehr großschügig. Also bestimmt einen Teelöffel, einen halben Teelöffel. Und einen gut gehäuften Portionslöffel. Das sind ungefähr 30, gute 30 Gramm Eiweiß. So, dann das Ganze gut zudrehen. Das wäre dann die erste Hälfte. Dann haben wir hier ein großes Gefäß. So sieht das Ganze aus. Wichtig ist, dass ihr einen Schäker benutzt, einen Handschäker. Wenn ihr einen Elektroschäker benutzt, dann bitte immer nur ganz leicht an- und ausstellen. Und wenn ihr Eier permanent durchlaufen lasst in einem Elektroschäker, dann wird die Struktur des Eis zerstört. Und das ist zumindest der Hinweis, den wenn es Joronda gibt, möglichst nur kurz shaken mit der Hand, aber nicht elektro durchmixen eine halbe Stunde. Das zerstört die Struktur vom Eiweiß. So, das ist also die zweite Portion. Genauso wie die erste hergestellt. Die geben wir dazu. Jetzt rühre ich den ganzen Kram noch mal um. So, das ist unser Eggnud. Mit zwölf Eiern. Und ganz wichtig ist, nicht jetzt trinken, und dann bitte erst mal halt stellen. Ich decke das noch mal ab, die Folie. Ihr könnt auch frischere Folie nehmen. Dann kommt das Ganze in den Kühlschrank. So, dann warten wir, bis das schön kalt ist. Und dann können wir den Eggnud trinken. Dann gibt es neben dem Abkochen und neben der Art des Schäkens noch einen ganz wichtigen Faktor. Wenn ihr dann diesen Eggnud zu euch nehmt, ist relativ dickbreich. Das könnt ihr natürlich variieren mit der Milch, mit dem Anteil an Milch. Also die Amerikaner nehmen Half and Half, Half Cream und Half Half Milk. Dann bitte Schluck für Schluck. Wirklich zerkauen, langsam schlucken. Das größte Problem bei dem Eggnud, der hundertprozentig wirkt und funktioniert und einmalig ist für Muskelaufbau, bietet natürliches Testosteron, Wachstumsfaktoren ohne Ende, ist eigentlich die Verdauung. Ich persönlich nehme entweder eine Enzym-Tablette dazu, für diese Menge an zwölf Eiern, oder, und ja, wenn ihr das so macht, dann natürlich im Rahmen einer Steak- und Egg-Diät, das heißt, es gibt nur Steak mit grünem Salat, dann gibt es den Eggnud, bis zu 36 Eiern am Tag, das waren jetzt zwölf, also mich macht das satt, den ganzen Tag, also bis zu 36 Eiern am Tag, massiv Protein, das geht bis zu 300 Gramm hoch dann, und natürlich die Fette, die Fette übrigens, ich habe das auch beschrieben auf unserer Homepage, in Bezug auf Cholesterin, der Cholesterinwert, ja, im positiven Teil, das positive Cholesterin, steigt an, und damit verdaut ihr besser Fett, und befreit auch die Arterien von Ablagerungen, also eine Low-Carb-Ernährung, in dieser Form, eine sehr fette Low-Carb-Ernährung, dient auch dem Abbau von Cholesterin in den Adern. Heute weiß man das, Vinci Ronda hat das schon in den 50er Jahren programmiert, und danach hat man immer gesagt, oh, man muss Bargarine essen, und bewusst keine tierischen Fette, und so weiter und so fort, heute sagen die Wissenschaftler, also Zucker reduzieren, oder weglassen, ja, Fette sind gesund, also ich nehme auch zum Beispiel vor dem Training einen Teelöffel Weizenkeimöl, also diese positiven, ungesättigten Fettsäuren sind sehr gut. Das Cholesterin im Ei dient auch der Herstellung von Testosteron im Körper, und der Körper entscheidet auch, wie viel Cholesterin er überhaupt aufnimmt über die Nahrung. Also, da könnt ihr gerne nachschauen, da gibt es diverse Studien zu, das ist ein altes Märchen, das eine hohe Aufnahme von Cholesterin aus der Nahrung gleichzeitig zu einem hohen negativen LDH-Wert führt. Das ist also nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Also, der Dr. Atkins, da gibt es diese Atkins-Diät, diese Low-Carb-Ernährung, hat damals seine Low-Carb-Ernährung, ein Verzicht auf Kohlenhydrate, verbunden, das war eigentlich ein Herzspezialist, für den Abbau von Cholesterin in den Adern, ja, also wirklich zum Schutz des Herzens. Also, ihr könnt gerne, natürlich auch nicht anders ernähren, also für Veganer ist das nichts, ganz klar, aber ihr werdet erstaunt sein, wie viel Energie ihr habt, ja, hinzu kommt in den ersten Tagen eine Umstellung allerdings, dass ihr, wenn der Kohlenhydratanteil aus der Muskulatur verbraucht ist, also der Zuckeranteil verbraucht ist, dann kann es schon mal ein paar Tage sein, dass ihr euch mabberig fühlt und so weiter, das vergeht aber, der Körper stellt sich um, dann kommt hinzu, ein ganz wichtiger Faktor bei dieser Art der Ernährung, der Steak-O-Act-Diät, ist, dass ihr alle 72 Stunden eine reine, große Kohlenhydrat-Mahlzeit zurechtnimmt. Ich esse zum Beispiel dann Spaghetti mit Tomatensauce, riesigen Berg, gut gewürzt, alles prima und funktioniert einwandfrei, ja. Der Witz ist, ich habe diverse Leute auch so trainiert, ihr baut wirklich Fett ab und gleichzeitig Muskeln auf. Das ist also so gut wie mit keinem anderen Lebensmittel oder mit natürlichen Lebensmitteln möglich, nicht mal, fast nicht mal möglich mit Steroiden. Also selbst das ist schon schwierig, ja. Das heißt, sowohl der Anaboleteil wird gefördert, der Aufbau von Muskulatur, aber auch der Abbau von Fetten im Körper. Und, also viel Erfolg, wenn ihr dazu Fragen habt, schaut euch unsere Homepage an, irenguru.de. Wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, schaut euch unsere Homepage an, irenguru.de und dort findet ihr sehr viele Informationen auch über den Eggnad, über die Low-Carb-Ernährung, über die Trainingsprinzipien vom Iron Guru. Und das ist super interessant und vor allen Dingen geht es hier um eine Natural Ernährung, ja. Also, wenn man schon gar nicht die Steg-und-Eck-Diät macht, dann geht es wirklich um Rohkost, dann geht es um gute Proteinquellen und natürlich auch ganz bestimmte natürliche Nahrungsergänzungen. Keine Chemie, rein Natural und die Bodybuilder, die das damals praktiziert haben, die Bilder sprechen für sich, sind nicht diese aufgeblähten Monster, die sehen fantastisch aus. Schaut euch das mal an, euer Wohlstand. Ich habe noch was vergessen, was wichtig ist. Dazu gibt es eine kleine Anekdote. Wenn ihr fertig seid mit eurem Drink, mit eurem Eggnock, diesen bitte dann verschließen und kühlstern. Und dann wirklich ein, zwei Stunden warten, bevor ihr ihn trinkt. Ich war 1977 im Goals Gym und im Wins Gym und dort traf ich auf die Barbarians. Da gibt es mal ein Foto. Die haben auch nachher Filme gemacht. Die waren am Anfang ihrer Karriere, um es kurz zu machen, wir haben uns angefreundet. Ich habe mit denen zusammen trainiert, waren sehr stark die Typen, ganz witzige Typen und die haben extra ihr Medizinstudium in Washington abgebrochen, um Bodybuilding-Karriere zu machen. Die haben mich dann eingeladen in die Apartment dort in Venice, Beach, und ich habe dieses Apartment gesehen und da war nichts im Apartment. Da war eine Matratze, da haben die geschlafen, einen Tisch, einen Stuhl und einen Kühlschrank. Und dann haben die den Kühlschrank aufgemacht und der ganze Kühlschrank war voll mit Eiern und dieser Half-on-Half-Geschichte. Und sie hat natürlich gefragt, was ist das denn? Ja, sagte Paul, einer von den beiden, wir trinken jeden Tag den Eggnog und zwar 36 Eier jeden Tag, so wie ich ihn eben gezeigt habe. Und die waren wirklich clean zu der Zeit und sahen riesig aus. Es gibt da Fotos. Also wir waren wirklich privat. Wir haben wirklich gesagt, wir bauen uns hier auf mit dem Pondin Chirona, mit diesem Eggnog. Und das ist die kleine Anekdote und meine Kumpels, sie konnten das nicht erwarten. Wir sind in unserem Apartment, haben diesen Eggnog fertig gemacht und dann war er noch warm. Die Eier waren noch warm und im Filker und so weiter. Und dann hat der Erste getrunken und hat sich fast übergeben, warm könnt ihr das Zeug einfach nicht trinken. Denn kalt schmeckt es wie Eiscreme. Also bitte kalt stellen und dann habt ihr wirklich auch den Effekt. Und das ist wirklich perfekt old school und es ist wirklich wirksam. Es funktioniert. Also er ruhe, macht euch keine Sorgen über den hohen Anteil an Fetten. Ganz im Gegenteil, die geben euch massig Energie und es wirkt wirklich, es funktioniert wirklich. Euer Wolfgang.